Stanislav Levy ist ein ehemaliger tschechischer Fußballspieler und derzeitiger Trainer. Spielerkarriere In seiner Jugend spielte Stanislav Levy für SKU Zitsche und Meteor Prag. Seinen Wehrdienst absolvierte er 1977-78. bei R.H. Volari und 1978-79. bei R.H. Zschäb, mit dem er in die erste tschechoslowakische Liga aufstieg. Von 1979 bis 1988 spielte Levy für FC Bohemiens Prag, mit dem er 1982 tschechischer Pokalsieger und 1983 tschechoslowakischer Meister wurde. Als 25-facher tschechoslowakischer Nationalspieler wechselte Levy 1988 in die zweite deutsche Bundesliga zu Blau-Weiß 90 Berlin, für welche er 125 Zweitligaspiele bestritt. Und dort schnell zu einem Publikumsliebling avancierte. Nach dem Konkurs des Vereins spielte er für Tennis Borussia Berlin, wo er in der Saison 1993-94. weitere 20 Zweitliga-Einsätze seiner Karriere hinzufügen konnte. Trainerkarriere. In der Saison 98-99 übernahm er diese Mannschaft als Interimstrainer äußerst erfolgreich von Hermann Gerland und rückte dann später zugunsten von Winfried Schäfer wieder ins zweite Glied. Später folgte Levy seinem ehemaligen Trainer bei Blau-Weiß Berlin, Horst Hermann Raut, als Co-Trainer zu Hannover 96 und dem 1. FC Saarbrücken, wo er jeweils nach Hermann Rauts Entlassung Interimstrainer wurde. 2004 kehrte er nach Tschechien zurück und übernahm Viktoria Ziskow in der zweiten Liga. Nach nur einem halben Jahren wurde er entlassen. Anschließend arbeitete Levy als sportlicher Leiter bei CH Mel Belsani. Im Sommer 2005 wurde er Trainer beim 1. FC Slovacko, trotz einer erfolgreichen Saison musste er im Mai 2006 gehen. Im Oktober 2006 ersetzte er Michael Bilek, der zu Sparta Prag wechselte, als Trainer bei Viktoria Pilsen. Im November 2008 übernahm Levy die Mannschaft des FC Tesco Marcelin. Schon Mitte Dezember wurde er jedoch wieder entlassen. Im Oktober 2011 wurde Levy neuer Trainer beim albanischen Erstligisten KF Skander Beokokka. Trotz der erreichten Meisterschaft im Sommer 2012 verließ er den Verein. Anfang September 2012 unterschrieb er einen Einjahresvertrag beim polnischen Erstligisten Lastbrocklo mit der Option auf ein weiteres Jahr. Am 25. Februar 2014 wurde er nach acht sieglosen Spielen in Folge entlassen.